Mein Name ist Raphael Dias, ich bin in Zug in der Schweiz auf die Welt gekommen. Jetzt werden einige sagen, was hat der Ort mit Tafnes zu tun? Was hat der Ort, der alle Angenehmlichkeiten des Lebens bietet, mit Hockey zu tun? Mehr als man meint. Vom ersten Moment, als ich einen Hockeystock in der Hand hatte, habe ich einfach gespielt, ohne an vorher oder nachher zu denken. Wenn es ein Geheimnis gibt, dann ist es das. Ich muss mich auf den Moment konzentrieren. Glaub mir, das Training auf dem und neben dem Eis, das bringt dich weiter. Als ich als kleiner Junge zum ersten Mal auf dem Eis stand, ist fast gleich, wie als ich für Montreal das erste Mal im Einsatz gewesen bin. «Schau nicht zurück! Schau nicht zu weit vorne! Spiele einfach!» Die Musik direkt zum Beispiel in der Atmosphäre von den Dank auf den Ort. Das ist alles klar. Zurück in der Atmosphäre Schau nicht zu weit. Ich glaube, das ist alles klar. Das ist alles klar. Lee muss alles klar.